... ... sprengt die auseinander. Also hier sind praktisch laute Kugeln drin und die Verbindung ist in der Zerlegerwahl und dann zerreißt die Bombe auseinander und dann fliegen die Leuchtscherne fort. Hier haben wir eine große Bombe, die 900 Bombe. Wir haben jetzt einen, der bei uns gelernt hat, der hat das mit einem Meterbombe gemacht, also ein Meter im Durchmesser. Aber der hat es in Traunstein zu Hause als deutschen Rekord. Bei 1200 Meter 20 liegt was das größte. So, hier haben wir mal so ein Schienet. Hier oben haben wir eine Anzündschnur. Das ist also eine Storbine. Storbine heißt, das ist ein Baumwollfaden mit Schwarzpulverbrei beklebt. Jetzt machen wir das mal auf, ja. Musik 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 Also, alle bereit? Position 1, Stark, Licht, Brenner Musik 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 Ja, das ist gut. Musik 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 Wauw! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.